Dann schwingen wir uns mal darüber. Es ist immer ein bisschen schwierig, hier den Ausgang zu finden. Hier ist er. Dann locken wir zuerst mal dieses ein. Ich bin starke knowin. Das kann man nicht so anfangen. Der Zettelstil, also Bauty, ist das nicht an das Bautur. Dann müssen wir dann und ich wenden. Aber dass ich den Kuhl-Geruch werdet. Dann werden wir den Kuhl-Geruch das nicht so weit dafür, und ich bin so kaputt nicht so weit. Also gibt es diese Kuhl-Geruch. Oh, die Fücherei. Unglaublich. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Mitzel den Engel knieder. Unglaublich. Okay, hier drüben war, glaube ich, Oh, auch ein Säuerchen. Aber wir gehen hier mal weiter, aber wir können nicht weiter. Da unten steht noch einer. Oh Mann, der jumpt voll runter. Was bewegt sich denn hier, was ist denn das? Oh, der kommt, der kommt und rammt mich hier runter. Oh nein. Hau ab, hau ab, hau ab. Komm, geh die Leiter. Wow. Zündet mich auf der Leiter noch an. Wir brennen noch im Wasser drin ein. Die kommen runter, ich glaube sie. Und schwimmen können die auch noch, oder was? Nein, schwimmen können sie nicht und versaufen sie. Okay, das ist ja mal schön zu sehen. Oh nein. Okay, ich glaube wir müssen hier rauf. Nein, 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 nicht da. Ich glaube wir müssen hier hinten raus. Oder auch nicht. Oder eben auch nicht. Wer weiß. Das könnte sogar stimmen. Nein, hier ist eine Mauer. Hier sind wir verkehrt. Oh, da war, da ist was. Das habe ich gar nicht gesehen, ey. Komm, zieh mal da dran. Wow. Okay. Okay. Okay, wir müssen rauf, hau. Okay. Okay, wir steigen hier mal. Okay, wir steigen hier mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. 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 Gut, danke. Okay, wir müssen hier zuhören. Oh, finde ich. Wir müssen hier zuhören. Das war wir hier alle. Ich fragen, dass wir hier nicht zuhören. Oh, das Tor ist jetzt offen. Das war dahinter verschlossen. Oh, weh, weh. Wer steht da hinten? Genau da ist die Quest. Genau da. Da drüben wäre eine Leiter für den Notfall. Oh. 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 Okay. Oh. 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 Das war's für heute. 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 Wir schauen noch schnell, ob es noch ein Kräutchen gibt hier. Okay. Wir hauen ab. Oh, hier hinten ist wenig. Wo sind denn wir, ey? Oh Mann. Oh, hier ist der Eingang. So, wir müssen durch die Mitte irgendwo hin. Okay, wir probieren das mal. Was möchte der hier unten noch? Was hat er? Oh, der hat, äh, okay. Kleine Quiz für uns. Wir machen aber jetzt mal die schnell fertig hier. Wo haben wir denn hier? Oh, die ist. Du hast deine Menter auf den Augen geöffnet und dann flieh. Weil er er defiert, das ist das Grund. Wenn er zurückgeht, unsere Stonewalds werden da wo er sein, um ihn zu begrüßen. Und warum sollte ich in alles, was du sagen kannst, um das Grund? Einige von uns zu stärken, um eine zu bauen, und einige nur um den alten alten. Und einige, wie du von hinter den Barschern hast du. Ihr Götter, ich würde dir lieber auf den Platz singen, als dies zu sagen, aber vielleicht könnt ihr mir helfen. Darak hat meinen Vater schon immer gehasst. Ich dachte nie, dass er gegen Sakramente selbst sehen würde, aber er hat seine Pläne nicht mit mir geteilt. Okay, wir sollen Gefangene untersuchen. Quiz aktualisiert von Ratten und Räubern. Winik schien sich sicher, dass Darak besiegt war, doch Odessa zur Folge musste ein Plan dahinter stecken. Sie drängte uns dazu, weitere Gefangene Widerständler zu befragen. Aber wie und wo? Okay, hier unten. Hier ist einer gefangen. Oh, Ratigan. Welche Seite ist sie auf jeden Fall? Nicht, dass es wichtig ist. Sie ist richtig, du weißt. Aber es muss immer Zeit, um ihn zu stoppen. Er ist dreht sich alles um diesen Dara. Wir haben mit einem gefangenen Räuber namens Ratigan gesprochen. Der behauptete, das Sakrament würde schon bald angegriffen werden. Er meinte, er könne helfen, dies zu verhindern, falls wir ihn irgendwie aus diesem Käfig befreien könnten. Naja, könnten wir schon, nur ich weiß nicht. Nicht nur ein Wort von mir, wenn es kein Einzug gibt. Okay. Oh, Schlüssel zum Gefängniswagen. Wer hat denn da unten, dieser Typ? Ja, da kannst du dich suchen. Okay, wieder rauf. Okay, wieder rauf. The Master will bring salvation to us at this time. You are the one in the cage, man. Thank you kindly. Now, what was it I promise? The problem with you, holier than thou types, is you never look down. There isn't in the outskirts, it's just a diversion. Oh, die kommen durch die Abwasserkanäle, wollen die hier eindringen. I'll slip out, when the guards rotate. Meet me at the sewer drain, down on the coast. Maybe you still have time to stop them. Okay. Wir haben Ratigan zur Flucht verholfen. Und er sagt, wir sollen ihn am Eingang zu den Abwasserkanälen von Sakrament an der Küste treffen. Vielleicht haben wir noch eine Chance, den Angriff des Widerstands aufzuhalten. Okay, dann gehen wir mal darüber, würde ich sagen. Und gucken mal, was da los ist. Okay, dann gehen wir mal, was da los ist.